Von Köflach kommend gleich nach der Ortsheinfahrt Marie Lankowitz befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Fleischermeister Anton Kranzlbinder Junior begutachtet regelmäßig den Stubalm-Ochsen, gezüchtet von der Familie Koscher in Kirchberg. Auf ca. 1200 Meter Seehöhe mit Blick auf den Bezirk Volzberg erfreuen sich die Tiere zwei Sommer lang an den saftigen Wiesen verschiedenster Kräuter- und Almengräser, welche auf keinen Fall gedüngt werden dürfen. Die Genussfleischerei Kranzlbinder wurde 2009 aufgrund der hohen Qualität von Slowfoodstiere ausgezeichnet und ist auch in deren Einkaufsführer angeführt. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie z.B. Kaffee, Reis, Schokolade usw. stammt aus fairen Handel. Gewürze, Dees vom Sonnentor, Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straden. Vergewissen Sie sich selbst von der hohen Qualität der Genussfleischerei Kranzlbinder in Maria Lankowitz. Give genische judgments Sieanti für Ihre Eva. Liebe, Sie können euch." Tsch School des Wences, Marie Kging просmitteln. 預ESS Sie sich selbstverständlich mit fol fluidenden Sachen zu informieren.